So, willkommen zu einer kleinen Folge Pokémon GO und ich habe es vorhin ja schon angekündigt, wir haben ein kleines Infovideo hochgeladen mit dem Senf zum Wetter-Event, alles mögliche, Holy-Festival, Brennen-Tan-Generator, ihr wisst von der Sparkasse, heißt wahrscheinlich bei jeder Bank so. Und ich habe gesagt, ich werde vielleicht noch ein kleines GBL-Video machen, denn ich habe momentan in einer Spezialforschung die Aufgabe, 15 Kämpfe in der GBL zu gewinnen, ja. Jetzt habe ich da gestern 5 gemacht, ich habe vorgestern 5 gemacht und es scheint alles so einfach und bequem zu sein mit meinem Team, wie immer. Liegt aber wahrscheinlich wieder daran, dass ich einfach, guckt euch das an, ich bin gerade Rang 10, sprich ich habe auf Rang 1 angefangen, 10 Siege, 10 Kämpfe, längste Serie 10. Das ist nichts. Ich habe also 5 Kämpfe gemacht auf Rang 1, bin Rang 2 gewonnen. Ich habe 5 Kämpfe gemacht auf Rang 2, bin Rang 3 gewonnen. Wunderbar. Mir fehlen also noch 5 Siege, jetzt bin ich Rang 3 und ich möchte euch einfach nochmal mein Team zeigen, was ich da immer nehme, mit welchem ich da immer kämpfe. Wir sind momentan ja in der Hyperliga. Ich habe vorne immer noch mein Giratina drin. Ich habe dann ein Labras, ich habe ein Maromai, die zwei habe ich jetzt vertauscht. Vielleicht ist es ja auch nicht aufgefallen. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Viele sagen immer, ja machst du eigentlich auch GBL oder machst du auch GBL-Videos oder spielst du auch mal GBL oder kannst du mal GBL spielen? Und ich sage es immer wieder, ich habe keine Ahnung von GBL. Das ist mir alles so suspekt, wenn ich nicht mal weiß, welche Attacken ich eigentlich mitbringe. Dann kommt der Gegner, du denkst, aha, der hat das. Jetzt passt du dein Team so an, dass das gegen das passt. Aber der nächste hat natürlich wieder ganz andere. Meistens, wenn die angreifen, weiß ich nicht, was haben die denn jetzt eigentlich, was können die denn jetzt alle für Attacken haben, ja. Und, 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 ja, es ist auf jeden Fall alles. Er hat jetzt seinen Toggekiss reingeholt. Da weiß ich auf jeden Fall, dass das Toggekiss mich umbringt. Also wechsle ich mal auf meinen Labras, denn mit dem Labras gegen Toggekiss, habe ich eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Er hat auch schnell seinen Surfer voll. Die meisten spielen dann Toggekiss, glaube ich, immer mit Antikkraft auch, was das Labras jetzt nicht so gut verträgt. Er hat schon ein Schild eingesetzt. Ich würde wahrscheinlich auch ein Schild einsetzen, denn das Labras brauche ich gegen das Toggekiss. Ich kann weder das Giratina reinnehmen gegen das Toggekiss, noch kann ich das Machomai reinnehmen gegen das Toggekiss. Also probieren wir es einfach. Ach, selbst wenn ich alle Schilder jetzt verballere, Hauptsache dieses böse, brutale Toggekiss ist weg. Wodurch der Eindruck entsteht, nehmt Toggekiss. Jeder hat Angst davor. Ich auch, guck. Ich würde es sogar... Oh, soll ich sagen, ich würde es sogar probieren, einfach nicht den Move zu machen, es einfach runterzufarmen und den Move mitzunehmen zum nächsten. Hat jetzt nicht so gut geklappt, weil irgendwie beide umgefallen sind. Ähm, trotzdem sein böses Pokémon ist weg. Er hat auch keine Schilde mehr. Ich glaube, Machomai wäre jetzt ganz gut, weil ist Empolion nicht irgendwas auch schon Stahl? Oder ist erst das Stahl, Stahl, Stahl? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das dann mal an. Chrysildia. Bei Chrysildia würde ich sogar jetzt auf Schattenstoß gehen. Haben wir ja auch hier. Ich seh, ich brauche eigentlich nur einen Pokémon. Daigon, es ist wie immer gewesen, ich habe die komplette Superliga verpasst. Ja. Es war Superliga. Und die ganze Zeit, während Superliga da war, habe ich nicht einmal GBL gespielt. Aber nicht, weil ich keinen Bock auf Superliga habe. Sondern, weil ich einfach denke, naja, das hat jetzt angefangen, das hat ja noch Zeit. Äh, spielst du halt nächste Woche mal Superliga, wenn du da Zeit hast zwischendrin. Und bis ich dann wirklich mal dazu komme, Superliga zu spielen, ist die schon weg. Bis ich dazu komme, sind wir mindestens, meistens schon in der Hyperliga drin. Das ist sehr cool, das heißt, das müsste jetzt eigentlich auch tot umfallen. Äh, so blödes klingt, am liebsten habe ich natürlich die Meisterliga. Weil, da habe ich mein Togekiss damals, äh, genommen und hochgezogen und zurechtgemacht. Und das erweist eigentlich gute Dienste. Hab mein fliegendes Giratina, also meistens auch gerade so Raid-Pokémon. Und da kommt es dann halt eben auch auf die IV an. Und dass das eine höher sein kann als das andere. Da brauchst du theoretisch weniger Ahnung. Und halt einfach nur gute Pokémon, ja. Und gerade wenn man viel Raid und Glück hat und ein Hunderter bekommt, dann ist es halt besser. Wenn du ein Hunderter Dialga hast, ist das einfach besser als das 98er Dialga. Mit den Attacken kannst du da auch nicht so viel, äh, hin und her. Was bei Super- und Hyperliga halt meistens kompliziert ist und meinen Verstand übersteigt, sage ich mal dazu. Jetzt habe ich also die Aufgabe 15. Habe 10 gemacht. Mal gucken, ob ich es wieder schaffe, einen Fünferpack einfach zu gewinnen. Dann habe ich genau 15 Kämpfe, 15 Siege, Siegeserie von 15 und bin fertig mit GBL für diese Season. Es wäre natürlich von Vorteil, möglichst hochzukommen. Ihr wisst das. Gibt es ja auch immer gemütlich Staub. Gibt es immer TMs, irgendwas. Lucario, okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, sein Lucario macht in der Zeit, bis ich endlich drankomme, schon 10 Mal seinen Move. Hat es aber nicht. Macht er jetzt Spukball? Macht er Spukball und fetzt mich weg? Ich weiß es nicht. Wir lassen es mal durch. Ne, er macht Steigerungshieb, okay. Ich habe jetzt gedacht, wenn er es so lange gebraucht hat, dann gehen wir jetzt mal auf Schattenstoß, weil er hat meins ja nicht abgewehrt. Wenn er jetzt davon ausgeht, naja, der hat eh nur einen Drachen-Move. Das war jetzt nicht so heftig. Vielleicht lässt er den zweiten auch durch. Ja, lässt er. Müsste Schattenstoß natürlich schon mehr gemacht haben. Er ist tot. Ich habe fast volle Energie. Also, Impoleon. Die altes, das schöne Pokémon. Wollen wir jetzt mal das Machomai ausprobieren? Ich hole mal das Machomai rein. Ich gucke mir das jetzt mal an. Bam, 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 bam. Sehr effektiv. Bitte wechsel nicht. Bleib drin und fall um. Was kann der haben? Wasser. Eis. Mist. Aqua Hobitze. Junge, der ist aber heftig. Jetzt kommt er noch mit dem Giratina oder was? Dann muss ich ja meinen Giratina wiederholen. Ne, nehm doch Eis. Ja, Labras mit Eis wäre auch gut, aber das Labras greift mit, keine Ahnung was an. Ich glaube, Giratina gegen Giratina dieses... Wir nehmen Labras. Ihr habt recht. Ich höre auf euch, weil wir sind ja sehr effektiv. Er hat ja gerade, glaube ich, erst gewechselt. Also kann er nicht nochmal wechseln. Ich habe Angst um meinen Labras. Deswegen mache ich lieber mal mein Schild. Obwohl eigentlich gerade am Anfang, wenn ihr noch volle Energie habt, müsste das ja eigentlich jeden Angriff überleben. Jetzt lasse ich es mal durch. Ich habe immer noch theoretisch fast volle Energie. Und wir gehen auch direkt mal auf Eisstrahl, denn vielleicht lässt er den ersten durch und ist dann überrascht. Ansonsten wäre es sinnvoller gewesen, mit Surfer jedes Mal die Schilde rauszuloggen. Ja, er schildet auch, weil er nichts kann. Doch, er ist natürlich schlau, deswegen schildet er. Wir lassen das nochmal durch. Und ich denke mal, den Rest könnte man mit Labras sogar fast gemütlich runterfarmen. Aber das eine Schild muss noch weg hier. Also hat das nichts mit Farm zu tun, wenn ich das Schild einsetze. Den einen überlebe ich noch, hoffe ich. Und? Drachenklaue. Mhm. Ich mach trotzdem lieber mal den Move, denn entweder ist er jetzt schon tot oder sein anderes Schild ist wenigstens weg. Ihr hättet jetzt natürlich einfach auf gut Glück gehofft, dass der Tod umfällt und ihr die Attacke mitnehmt. Wir haben wieder im Poleon. Er hat noch ein Schild, ich habe noch ein Schild. Ich habe noch ein Giratina. So, jetzt hat er kein Schild mehr. Sehr schön. Jetzt hat er natürlich aber trotzdem Gefahr. Äh, ja, war ein bisschen Schaden. Wir sind schon wieder dran mit dem Move, also kann der mir jetzt noch gefährlich werden? Eigentlich nicht. Im Endeffekt ist er jetzt schon tot und ich habe immer noch ein Schild und noch viel Energie. Und auch wenn wir nicht effektiv sind, haben wir ihn besiegt. Böse Zungen würden jetzt wieder sagen, ja, das sind ja gar keine richtigen Spieler, gegen die du da spielst. Das sind ja jetzt schon Bots, die dahingestellt wurden, wer so spät anfängt, dass der überhaupt was zu tun hat. Ja, wenn aber jeder denkt, dass es leicht ist, später zu spielen und deswegen jeder später spielt, dann spielt ja wirklich jeder wieder gegen jeden. Äh, oder nicht. Äh, also hier muss ich dann noch zwei Pakete zum UPS-Store bringen. Ich muss noch in Rewe. Äh, die Mama ist eigentlich noch da, die ist aber gerade in der Stadt was erledigen. Äh, irgendwas ärztliches. Und dann müssen wir immer noch Fastlane gucken. Wir haben gestern angefangen mit Fastlane. Ich habe gedacht, das fängt um eins an und um null Uhr die Kick-Off-Show, wie sonst immer. Äh, komischerweise... Ja, hätte ich jetzt trotzdem mal auf Geist gehen sollen. Komischerweise hat null Uhr direkt wahrscheinlich schon Fastlane angefangen und die Kick-Off-Show 23 Uhr. Jetzt habe ich eine halbe Stunde verpasst. Wir mussten eine halbe Stunde nachgucken. Äh, haben dann in der Zeit nicht mehr so gut dargelegen. Macht der Steinhagel oder irgendwas? Steinhagel! Da kam Bisa, Grüße an Bisa-Fan-TV. Ich bleibe einfach beständig. Was wollen wir hier großartig Taktik reinbringen? Pokémon GBL steht einfach nur aus Button-Smashing, ne? Das ist meine Devise. Jetzt ist er gleich tot, er hat auch keine Schilder mehr. Das heißt, ich würde trotzdem einfach mal ein Schild nehmen. Vielleicht brauche ich meinen Move jetzt gar nicht, denn der Rest reicht, um ihn wegzubugsieren, ne? Eins, zwei, drei, komm... Nein! Und er hat natürlich noch sein Ding. Ich nehme das letzte Schild auch, ne? Das sind so Momente. Machst du Move und er ist weg? Oder machst du keinen Move, er ist weg und du hast noch den Move? Also, äh, oh, Boden. Ist da jetzt das Macho Mai gut? Soll ich mir die andere Attacke vielleicht aufheben? Soll ich vielleicht, äh, Wasser... Ne, ach, verdammt, Wasser wäre gut. Ah, äh, ich glaube, Kampf und Wasser ist gut. Also, egal was ich mache, ist ja sowieso alles gut, ja? Alles ist gut, Ramses. Alles ist gut. Also, nimm... Knuddler... Dafür haben wir aber noch unser, äh, Labras. Mach mal Knuddler, zeige mal. Ich lasse es jetzt drauf ankommen. Ich habe zwar schon meinen Server voll. Das wäre eine sichere Nummer gewesen. Aber ich hoffe ja, dass ich den Knuddler überlebe. Äh, er tot ist und wir eben dann... Vielleicht können wir direkt Eis machen. Was hat er denn? FM. Mit 418, Alter. Äh, Jungs. Nicht, Alter. Hä? 418 WP, FM hinten dran. Das war doch ein Scherz. Oder alles andere war tot. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das, glaube ich, der dritte Kampf. Und das ist ein Team. Dieses Team spiele ich, glaube ich, schon seit es die GBL gibt. Da ist nichts großartig mit Variationen, mit immer wieder durchwechseln, andere Pokémon hin und her. Ich habe die und ich nehme die und ich mache die und, äh, ja. Äh, also Machomai wäre ganz chillig. Aber ich denke mal, wenn ich auf Machomai gehe, wechselt der sowieso durch und nimmt was anderes. Vielleicht hat er aber auch nichts gegen Machomai. Also probieren wir einfach mal Machomai aus und hauen mal auf den Dicken. Zack, 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 schnell viel Energie weg. Na? 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 Er macht eine Attacke. Kann er denn gute Attacken haben? Machen. Nehm das Machomai noch mit. Er hat mit seinem Steinhagel, kommt er natürlich auch gegen viele andere gut an. Hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Er holt Chryselia. Oh. Das ist natürlich nicht so schön. Chryselia. Also an sich, ja, ist ein schönes Pokémon und so. Ich werde wohl, bevor ich wechsel, schon tot sein. Ich muss trotzdem einfach nur versuchen, ein bisschen Schaden zu machen. Ich denke dann immer, wartet doch mal, bis der zweite Move voll ist. Nehm nicht immer den ersten. Aber meistens, bis der zweite voll ist, bin ich schon tot. Also muss ich immer zu den ersten nehmen. Er farmt natürlich jetzt an mir rum. Okay. Das ist sein gutes Recht. Wir lassen mal eins durch beim Labras. Labras ist ja an sich robust. Mondgewalt. Er hat immer noch zwei Schilde. Vielleicht nimmt er die ja mit ins Grab. Vielleicht nimmt er jetzt auch ein Schild. Also da bin ich eigentlich gerade guter Dinge mit dem Labras. Dass das Labras sein soll erfüllen. Wir könnten jetzt auch wechseln. Aber wenn wir einen überlebt haben und noch so viel angegriffen wurden und jetzt die Hälfte haben, dann müssen wir den auch überleben. Es geht gar nicht so, dass der uns jetzt mit dem umbringen könnte. Und wahrscheinlich hat er auch nur eine Attacke drauf. Oder auch nicht. Was haben wir jetzt? Egal was er hat, ich drücke direkt einfach auf Surfer. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob das Eis schon voll ist. Nein, das Eis ist nicht voll. Ich mache direkt Surfer. Weil wenn ich jetzt erst zwei, dreimal so angreife und der doch auch schon einen Move hat, und dann ich tot bin, bringt mir das nichts, dass das Surfer voll war. Also direkt Surfer. Eis wäre natürlich besser gewesen. Zum Eis werde ich wohl aber nicht mehr kommen. Nee. Ach! Der Surfer war eigentlich voll, aber ich habe auch beim Surfer durfte ich nichts machen. Jetzt ist es natürlich mies, denn er hat noch zwei Schilde. Und ich habe keins. Er macht Drachenklaue. Und ich denke mir so, ja, dann mache ich halt auch Drachenklaue. Obwohl, er ist schon, er ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Aber vielleicht wäre jetzt Schattenstoß doch besser gewesen. Den versuchen wir als Zweites. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Machen hier einmal da. Jo, wäre den ein bisschen ab. Ich habe auch ein bisschen hier noch was. Du kannst natürlich nochmal abwehren. Obwohl, vielleicht komme ich eher dran, komme ich eher dran, komme ich eher dran. Ich komme eher dran. Ich mache nochmal Drachenklaue. Das ist jetzt sicherer. Und ein Schild habe ich ja auch noch. Aber meine Energie wird nicht ausreichen. Oder? Mach mal deinen Move. Genau. Den wehre ich jetzt mal ab. Er hatte, glaube ich, aber immer noch einen Schild. Toll. Toll. Danke dafür. Nee, er hat kein Schild mehr. Aber er hat noch einen Move. Okay, das war's. Er hat kein Schild mehr, aber er hat noch einen Move. Dann nehmen wir halt den Move noch mit. Gib mal her. So einen Move und so, den nehme ich gerne. Vielleicht lerne ich da noch was draus. 24,98 hat seins gehabt. Ja, kein Wunder, ne? Habt ihr mal gesehen, wie schlecht mein Giratina ist? Mein Giratina hat 24,57. Das ist ja richtig mies. Am besten, ich mache das zu Best Buddy. Durch den Buddy Boost kommt es vielleicht wenigstens ein Stück an die 25 ran. Denn das hat auf jeden Fall so, 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 so schlechte PvP-IV. Ihr seht das. Wo wir wieder beim Thema sind, dass die Leute immer sagen, Spoofer, die sind unfair, die haben immer so einen Vorteil im Spiel. Ich sage, wo habt ihr denn einen Nachteil, wenn da jemand 1000 Raids macht? Nee, nee, GBL oder so. Die haben immer die besten Pokémon für die GBL. Hm. Aber es bringt ja nichts, einen 100% Giratina zu haben in der GBL. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Äh, ihr braucht ja bestimmte GBL-IV. Und ihr seht, ist das etwa ein nützliches Giratina in der Hyperliga? Auf jeden Fall nicht. Nicht, denn das hat so komische Werte, weil ich mich mit GBL einfach nicht... Ja, okay. Äh, ich weiß generell gerade gar nicht, was ich mache. Okay, da ist ein Sumpex, das ist nicht blau, das ist halt rosa. Das ist halt, ne, Mädchen-Edition. Muss es ja auch geben. Die Jungs spielen mit dem Blauen, die Mädchen mit dem Rosanen. Das Giratina zieht sich auch noch ein Kleid an. Ah, da ist auch noch ein Giratina. Das ist aber schön. Oder auch nicht. Weil der ist bestimmt auch wieder 10.000 Mal besser mit seinem Giratina als ich mit meinem. Aber er hat auch gerade gewechselt. Das heißt, wenn ich wechsle, wäre das eigentlich auch schlau. Denn vielleicht kann ich ja endlich mal meinen, äh, Lapras hier reinziehen. Er hat auch keine Schilde mehr, sehe ich gerade. Ich habe noch beide. Und mit dem Lapras jetzt den Rest vom Giratina prügeln. Denn der ist ja nicht so effektiv. Können wir das vielleicht runterfarmen und alle Moves mitnehmen? Na gut, das... Das zieht sich doch ein bisschen. Vielleicht hätte ich zwischendurch wenigstens mal einen Move machen sollen. Mehr als zwei kann man doch eh nicht speichern, oder? Lohnt sich das also? Guck mal, Eis ist voll. Eis ist voll. Eis wäre jetzt gut, weil er kann es nicht abwehren. Aber ich mache einfach mal einen Surfer. Hä, wieso? Eis wäre doch viel besser. Ich mache mal einen Surfer. In der Hoffnung, dass er jetzt genau und ich den Surfer und den Eis trotzdem voll habe beim nächsten. Und da ist ein Lucario. Und Lucario ist... Drück doch. Lucario ist natürlich sehr effektiv gegen unser Lapras. Und das Eis hat gehangen... Äh, geklemmt. Fast wäre das Eis nicht zu tragen gekommen. Dann ja, mach halt das... Mach halt das weg. Das Lapras. Und ich zeige dir nochmal mein Maromai. Da müsste ich ja, weil du Stahl hast, auch gut gegen dich sein. Da bräuchte ich wahrscheinlich... Ich nehme sicherheitshalber trotzdem mal ein Schild. Ich will nicht mit zwei Schilden dann sterben. Brauche ich aber bei ihm keine... Ja, das war gut. Brauche ich bei ihm nämlich keine... Äh, keine Moves einsetzen, weil der so weg ist. Und er hat nur noch eins übrig. Und wir sind wieder beim Sumpex. Wir machen mal einen Wuchtschlag gegen das Sumpex. Wenn wir schon ein Kampf-Pokémon haben, möchten wir auch Kampf-Moves einsetzen. Und BÄM! Da hätte der Steinhagel jetzt aber nicht mitgerechnet. Also... Der Stein... Jetzt geht die Rechnung ja gar nicht auf. 14 von 15. Ich habe jetzt ein 5er Set voll, aber ich habe doch nur... Ach. Wenn ich einen verloren habe, ist ja natürlich klar, da fehlt ja noch einer. Und ich bin sehr überrascht, wie viele, äh... Sonderbonbons es hier gibt. Achso, das kriege ich ja nicht. Aber die Pokémon-Belohnung kriegen wir. Ein wildes Pupita. beim Pupita können wir hier so einfach Nabelsaft 1, 2, 3, 4, 5 sonst habe ich GBL-Videos immer so gemacht wenn die so eine Stunde waren habe ich gesagt, reicht aber jetzt sehe ich, dass man das waren wahrscheinlich dann zwei Sets, manchmal auch drei Sets je nachdem wie lange die Kämpfe gingen jetzt sehe ich aber, dass in einem einer Set mit fünf Kämpfen man schon bei, was weiß ich hier 20 Minuten ist, jetzt habe ich die falsche Beere genommen, egal also so eine Fünfer-Set-Folge könnte doch eigentlich schon ausreichen mal, um euch zu sättigen wenn ihr sagt, mach mal wieder PvP-Videos das ist immer so unterhaltsam, weil du keine Ahnung hast, was du da machst aber das wollen wir auf jeden Fall sehen ich muss aber trotzdem für das Video noch den 15. Sieg holen das heißt, ich muss trotzdem noch mal eine neue anfangen eine neue damit noch da der Sieg reinkommt ja, das bewerten wir das wäre super, wenn man das wegtauscht um ein XL-Bombom zu bekommen wir steigen auf den nächsten Rang Rang 4 wunderbar das sieht doch schön aus bis Rang 10 sollte es eigentlich kein Problem sein und man sollte eigentlich gemütlich bis Rang 10 kommen wir brauchen wie gesagt noch den 15. Sieger so hängen wir noch eine Runde dran auch wenn das Giratina mega schlecht ist seht ihr ja aber selbst mit dieser mega schlechten Giratina kann man Spaß haben mal gucken, vielleicht investiere ich irgendwann mal, dass ich ein besseres Giratina bekomme, was halt eben mehr an die 2-5 rankommt denn ja, ich bin ehrlich Superliga ist für mich noch komplizierter als die Hyperliga und die Hyperliga ist schon komplizierter als die Meisterliga deswegen würde ich wohl wenn ich was obwohl, wenn man natürlich was investieren will lassen wir es mal durch kurz 8-Hieb mhm hab ich jetzt schon gedrückt ja leider sonst hätte ich nämlich wäre ich jetzt auch mal auf Schattenstoß gegangen also wenn man natürlich was investieren will ist es in der Superliga klar am günstigsten aber irgendwie in der Superliga gefühlt wechseln die auch so oft durch dass das Pokémon plötzlich relevant ist und das dann eben nicht mehr und das dann wieder doch hier noch ein Giratina machen noch eine Attacke drauf noch mal pushen noch mal hin und her das ist auf jeden Fall dann teuer so der hat bis jetzt nichts geschildert da wird er doch wohl jetzt das auch nicht schilden oder? weil er ist ja schlau ey das macht ja gar keinen Schaden und das sind wir wieder beim Thema was ich meine dass ich keine Ahnung habe von dem was ich eigentlich mache aber ey wenn ich jetzt noch die Hälfte habe dann würde es doch den Nachthieb überleben oder? und dann mach halt noch mal eine Drachenklaue hinterher vielleicht wäre es natürlich sinnvoller gewesen auf vielleicht auf Maromai zu gehen weiß nicht auf Labras zu gehen weiß nicht ich sehe gleich gleich kommt Maromai rein ich werde das jetzt einfach so lassen wie es ist mit dem Maromai einfach mal zwei drei Schläge machen und was steht da? sehr effektiv wow und dann ist es gleich schon weg und ich habe Angst um meinen Maromai deswegen schilde ich auch fix das ist Barrikadax eben relativ neues Pokémon ich kenne gar nichts von dem und deswegen weiß ich gar nicht überhaupt welche was der jetzt für ein Typ hat welche Attacken der hat was sonst so bei dem abgeht und welche Hobbys also Mewtwo oh ich glaube die Runde kann ich mir in die Haare schmieren nur wegen so einem blöden Barrikadax ja jetzt holt er hier Gänger rein will der mich verarschen der hat einen komplett Geist Unlicht Psycho Team okay er ist ja sein gutes Recht das kann ja jeder so machen habt ihr übrigens auch ein Rüstungs Mewtwo so wie er schreibt es mal in die Kommentare ich habe ein Hunderter Rüstungs Mewtwo was natürlich gemaxed wurde und deshalb auch hier in der in der GBL Hyperliga dann also keine Rolle mehr spielt zack Fokus Stoß weg der Günder kommt nochmal rein winkt nochmal zum Abschied er hat mich einfach komplett zerstört und das ist schon peinlich streicht diesen Kampf raus tut einfach so als hätte ich bisher alles gewonnen bitte gib mir mal fix einen Gegner den ich mit diesem komischen Team noch bei komme ich will doch nur noch ich brauche doch nur noch einen einen Sieg dass ich da das fertig habe ja das ist wichtig damit ich die Spezialforschung von Level 48 abschließen kann die Spezialforschung von Level 50 die Spezialforschung mit Mew das ist alles gerade in der Mache und das sollte alles morgen das sollte alles morgen sich ausgehen und da brauche ich das hier fertig dass ich gleich den Rest mit mit noch abholen kann ähm Greselia ja ich bin Greselia ich schilde nicht ich habe gute Verteidigungswerte okay das ist aber steht ja auch auf die Stirn geschrieben Strauchler na du dreckiges wenn ich jetzt hier mit Eis um die Ecke komme hast du wahrscheinlich schon deinen nächsten Strauchler gemacht na egal wir probieren es hör mal bitte auf ich teste das nicht ich habe keine Ahnung ob Eis gut ist ich teste einfach ich teste während des Kampfes andere testen vorher und wissen im Kampf was sie machen wir testen das so er macht sicherlich wieder Strauchler das heißt ich will das mal schützen und mitnehmen denn an sich macht das ja trotzdem gut eigentlich macht es keine gute Figur vielleicht wäre es doch sinnvoller gewesen nochmal auf Eis zu gehen aber ich gehe davon aus dass er den jetzt eh abwehrt weil er gesehen hat dass das Eis mehr trifft ja der hat abgewehrt genau macht auch seine gegnerische Attacke dann haue ich ihm auch mein Schild noch raus ist mir doch jetzt egal wenn ich verliere verliere ich halt es sollte auch Spaß machen guckt wie Spaß das macht ey ich freue mich so richtig dass ich so einen tollen Gegner habe der mir einfach zeigt dass ich keine Chance habe obwohl ich ja noch Hoffnung habe weil die Hoffnung stirbt zuletzt und das Kresilja stirbt irgendwie auch zuletzt weil erst sterbe ich und dann das Kresilja also das passt ich habe ja keine Ahnung was ich da Strauchler und weg ist er so was ist denn jetzt hier kannst du mir doch nicht erzählen dass Macho mal eine gute Wahl ist also nehme ich wieder den Herrn vom was jetzt weiß ich nicht mal mehr was ich habe keine Ahnung was der jetzt in den Kampf geschickt hat aber Giratina gegen Kresilja wäre gut gewesen ja er holt wieder sein blödes Pipi Pixi meine ich wo ich erst recht keinen Machomai holen kann er weiß ja nicht was ich als letztes Pokémon habe ich muss so tun als hätte ich noch was Gutes er macht einen Move und ich bin weg obwohl er könnte natürlich auch farmen und ich bin weg jetzt einen Schattenstoß hätte es vielleicht sogar gebracht aber ich ich Dully habe natürlich jetzt vorher rausgehauen und jetzt hat er bestimmt 10 Moves voll und macht Babam er macht doch jetzt er macht Babam sage ich doch das müsste jetzt richtig reinschreddern also Psychokinese weg das neue Set schaffen wir auch noch durch 5 Kämpfe mit 5 Losers wenn es so weiter geht ja der klatscht doch dann nicht Mann der führ dich hier komplett vor und alle gucken zu da klatscht man doch nicht noch boh Mann Pokémon Oh Rang 2 na wenn ich den nicht besiege ne der hat noch nicht mal ne Brille weil der nicht so cool ist wie ich und der hat Toggekiss na guck mal Labras los Labras bleib drin und hör auf zu wechseln lass es einfach über dich ergehen bitte Mamuschka mit Eis wenn man Wasser ein ein einfrieren lässt bewegt sich's nicht mehr hab ich gehört zack nicht sehr effektiv gut ja dann können wir auch mit Surfer drauf gehen weil irgendwie das wohl guck mal ich bin schon wieder fertig hier das ist sehr schön mhm dann hätte er gedacht oh der braucht so lange für sein Move da hab ich ja alle Zeit der Welt aber ich glaube sogar Surfer war da jetzt grad sinnvoller oder nützlicher oder irgendwas anderes als der Rest diese ganzen CD-Attacken sind halt richtig Brontal ich glaub aber ich werde nochmal zu nem Surfer kommen und dass wenn der den durchgehen lässt dann auch die Lichter ausgehen bei ihm also so weg nein vielleicht krieg ich ja noch nen Surfer gebacken vielleicht krieg ich ihn natürlich nicht doch 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 ey damit hat er nicht gerechnet na hast du noch nen Schild oder was du schönes Wasser Pokémon du ne und ha gewonnen also also nicht gewonnen aber halt mach mal wieder das LKW-Rennen Giratina gegen Giratina komm ich mach zuerst damit ich dir zeige hier wer die wenigsten WP von uns hat ich hab auf seine gar nicht geachtet was hat er denn der hat doch trotzdem bestimmt 86 und ich hab 57 also da können wir ruhig mal der hat ja dieselben Attacken wie ich da seh ich was gut reingescheppert und was nicht Drachenklaue wii dann komm ich bestimmt auch zu meiner Drachenklaue und dann kann ich nochmal seine abwehren und nochmal eine von mir durchbringen und dann bin ich theoretisch ja wieder am längeren Hebel weil er müsste jetzt weniger dann haben als ich ich kann meine aufladen wenn er seine macht kann ich die abwehren und meine nochmal aufladen und vielleicht ist er bis dahin tot ja dann hab ich nein jetzt holt der Togekiss rein er hat noch sein Togekiss das hab ich ganz vergessen ok der Plan ging sich also nicht auf das heißt er hat Togekiss hier ich mach kurz na wie geht's und dann jetzt bin ich gleich weg und jetzt kommt das Maromai und das Maromai fällt um und dann hat er wieder mal gewonnen also nicht dass er jetzt mich schon dreimal besiegt hat also es sind ja drei verschiedene Gegner und jeder macht einfach was er will da kann er jetzt froh sein in seinem ha da bin ich noch komm man Stein hagelt auch nicht also es ist schwer den 15. Sieg zu holen muss ich schon sagen mit diesem super Team aber wir lassen das so wir lernen nicht raus Jappi hey Jappi ist am Stall Tommy und Jappi wer kennt sie noch aus dem Stream einfach mal Namen genommen und den Leuten dran geklebt oh was war hier eben Giratina war gut ja sehe ich passt aber jetzt weiß ich nicht mehr was gut war Drache oder Geist ist Grisel ja auch ein Typ Drache nein das ist ein Fee Pokémon ja sieht auf jeden Fall schlecht aus aber Drache ist doch sehr effektiv der greift doch mit Drache an ganz normal na egal mach mal hier dein Mondgewalt wusch wollen wir mal auf Schattenstoß gehen wenn wir es schaffen und gucken was der Unterschied ist zwischen Schattenstoß und Drachenklaue also hier schon mal der Unterschied dass man mit seinem Finger viel mehr rumschmieren muss als vorhin ähm ja das würde ich abwehren und einfach nochmal unerlaubt fix den Move von mir durchbringen aber wahrscheinlich diesmal Drachenklaue wenn das eher fertig ist um auf Nummer sicher zu gehen denn er macht mit seinem Quickmove eigentlich schon ein bisschen Schaden dass ich es vielleicht schaffe den bevor er noch was macht los 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 nein er schafft seinen Move nochmal ja komm ich schilde nochmal ich weiß ja nicht was er noch hat gut ich weiß er hat noch zwei Schilde aber was hat er denn holt er jetzt auch einen Giratina rein das ist ja dann ja er hat natürlich auch Giratina da ist das dämlich also gut für ihn ich glaube viele spielen Griselt ja in der Führung oder kann das sein hab ich mal gelesen irgendwo in einem Buch Ramses liest Bücher äh weg Eis zack sehr effektiv wir müssen das andere Schild noch wegkriegen jetzt tun wir erstmal so als hätten wir nur Surfer so den hat er geschildert und wenn wir irgendwann es vielleicht schaffen zum Eisstrahl zu kommen dann können wir noch Eisstrahl machen das dürfte ihn auf jeden Fall überraschen und im Endeffekt hat er dann noch ein Toggekiss hinten drin oder was das wäre natürlich die Krönung gegen das Mach-Mai also joa komm 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 Eisstrahl ich glaube vielleicht hätte ich es mit Surfer sogar schon fertig gehabt wenn ich den in der Zeit wo ich einmal Eisstrahl mache zweimal Surfer mache habe ich doch viel mehr gekonnt Das ist auf jeden Fall weg, war sehr effektiv, ich habe noch ein bisschen was, er hat ein Sumpex, äh, Sumpex, Sumpex, Server, Sumpex-Server, Boden, Wasser, Machomai, Kampf, Gestein. Ja, ich mache keinen Beruf, lass mich in Ruhe, ich habe dir nichts getan. Aquahubitze. Erdbeben, wusch, aber... Nein! Aber das wäre doch fast geworden, Mann. Ja, Server. Und wieder nichts, das war der was, vierte, fünfte, keine Ahnung. Ich brauche doch nur... Den 15, der klatscht halt wieder, du lernst es nicht. Kein Wunder, da hat auch keiner Mitleid mit dir, wenn du den noch auf die Schulter klopfst. Ich brauche doch nur diesen einen Sieg. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, in dem Fünfer-Paket den einen Sieg zu holen, dann ist nach dem Fünfer-Paket aber trotzdem Schluss, weil das sonst alles zu lange dauert. Und dann mache ich den einfach heimlich, ne? Stelle ich dem Gegner einfach einen Geldkoffer hin und sage, hier, du hast nichts gesehen und dann habe ich automatisch gewonnen. Guck mal, er hat viel höhere WP, also eigentlich ja vielleicht auch viel bessere Werte, sonst was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich komme eher dran. Außer er macht das mit Absicht und sagt sich, nö, soll der doch machen. Den locke ich in eine Falle, ich lasse ihm immer den ersten geben. Denn er hat Drachenklaue, ich habe Drachenklaue, aber gut, ich bin schon tot. Junge, vielleicht hätte ich meins auch abwehren sollen. Keine Ahnung, ich wehre einfach den nächsten ab und schon ist er im Vorteil. So, Zeishema, auch hast du den nächsten auch noch abgewährt. Das sieht für mich so aus, als wäre das ein Spieler, der die eine hätte ruhig noch durchgehen können, ja? Lassen wir das mal durch. Das sah für mich aus wie einer, der einfach nur drauf, 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 alles schilden, drauf, 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 alles schilden. Also einer, der vielleicht sogar noch weniger Taktik hat als ich. Was jetzt auch nicht mehr so ganz passt, weil der jetzt gewechselt hat. Der kann jetzt auch wieder Erdbeben haben oder irgendwas. Er hat auf jeden Fall keine Schilde mehr, ich habe noch zwei. Mit der zweiten, mit dem zweiten Surfer dürfte das aber auch eigentlich sogar dann schon weg sein. Also eigentlich brauche ich jetzt keine Angst vor dem Sumpex haben. Es ist komisch, wenn man weiß, es ist ein Wasserstarter und man greift den mit Wasser an. Aber Wasser ist halt schneller voll, Surfer ist schneller voll als der Eisstrahl und... Keine Ahnung, so, ne? Hier, jetzt fall bitte um. Du hast keine Schilde. Hol mal dein Giratina wieder rein. Sonst sehe ich ja, was du noch hast, ja? Melmetal. Muss ich wechseln, weil er ja mit Elektro angreift, aber ich habe ja das Machomai. Das Machomai ist gut, weil das ist ja eigentlich effektiv gegen Stahlkampf. Und ich habe auch noch Schild, eher nicht. Ich weiß nicht, mit was er angreift. Das ist mir zu tricky. Wenn ich das durchlasse und bin dann direkt tot, dann lieber einmal schilden und jetzt versuchen, schnell Schaden zu machen, bevor der mit dem Nächsten kommt. So. Du wirfst mit Stein. Ich werfe den Stein zurück. Ich würde sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus, weil er müsste tot sein. Ich könnte noch was auf sein Giratina werfen. Und habe dann immer noch Labras. Ist das sogar der fünfte Kampf? Kann ja noch kein Labras reinholen. Egal. Also Labras draußen. Und wir machen... Wupsch! Und er lebt noch. Ihr Junge, was willst du tun? Gegnerische Attacke. Da stehe ich drüber. Denn ich habe noch Labras. Wenn natürlich jetzt in dem Set nur noch einer fehlt, da könnte ich ja natürlich den fünften in dem Set auch noch fertig machen. Also daran soll es jetzt nicht scheitern. Sagen wir es mal so. Gewinne 15 von 15 Trainerkämpfen. Wuhu! Ist das nicht genial? 296 von 1000. Ich sehe die Spiel wirklich nicht oft da drin. Ah ne, das sind... Das waren sogar 5 von 5. Die ganze Zeit gewonnen. Alles richtig heftig. Und jetzt richtig reingeschmiert. Wow. Rang 4. Oh mein Gott. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie weit ihr seid momentan. Ihr seht, in der letzten war ich hier... 114 Kämpfe. 69 Siege. Und jetzt bin ich bei 15 von 20. Das ist nicht viel. Die meisten sind da richtig aktiv in der GBL. Seid ihr GBL-Spieler? Seid ihr Raid-Spieler? Seid ihr Rocket-Spieler? Schreibt es mal rein. Theoretisch gibt es diese drei großen Sachen. Raider, Rockets und GBLers. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out. Erstmal gucken, wo es hier ausgeht. Peace out vorhaut euer Ramses. Peace out.